Jungs, was geht? Willkommen zum Anmeldevideo zu UAC Varro 4, das neue Projekt von Legend Team. Es ist keine Pflicht, dieses aufzunehmen, aber dennoch zu empfehlen, da nur durch diese ein Revive im Falle eines Todesanpacks möglich ist. Ebenfalls wird wie bei richtigen UACs mit Szenarios gespielt, welche in diesem Fall Cutclean und Golden Head sein werden, was bedeutet, dass Essen und Erze automatisch geschmolzen und gebraten werden und ihr zusätzlich den Kopf der Spieler, die ihr tötet, bekommt, welche ihr als stärkere Gold-Apple verwenden könnt. Um mitzumachen, müsst ihr nur in unserem Discord in der Videobeschreibung joinen und im Hashtag Anmelden Channel anhand der Vorlage euer Team anmelden. Informationen zum Start in den Regeln gibt es auf dem Discord und ich wünsche dir, wenn ihr mitmacht viel Glück und ich habe jetzt eine Solo-Queue.